Hallo, herzlich willkommen, moin moin liebe Zuschauer, let's play Landwirtschaft Simulator 2015 Neue Runde, neue Folge Häckseln bei Nacht Die ganze Nacht ist es noch nicht Oder, na doch, Sonne ist nicht mehr zu sehen Wir schafften es auf jeden Fall hier nochmal zu wechseln Vielleicht ist das eigentlich so schon, das reicht doch erst so schon, ne? Aber ich fahr lieber noch einmal mehr zurück, was soll's Denn ich glaube Die Anhänger brauchen schon ganz schön Platz, um immer zu wenden Sieht man ja selber Wie viel Platz wir immer zu wenden brauchen Ja, was machen wir heute? Ich würde sagen, wir häckseln Mais Und wir versuchen gleich, sobald dieser Anhänger voll ist Den natürlich auszulernen Glaube ich, schaffen wir Was dann eben auch mal Sache sein soll Und dass wir hier einen funktionierenden Kursplay Kurs einrichten Damit unsere Abfahrer die Arbeit hier ein bisschen alleine machen Wir das nur noch ein bisschen managen müssen sozusagen Wenn die sich dann mal irgendwo verfahren Oder sich gegenseitig im Weg rumstehen Dass wir die dann retten können Das wäre ganz gut So, voll ist er Da müssen wir mal gucken Den Kursplay Startpunkt Setzen wir ja am besten da direkt bei der Feldeinfahrt Das ist doch noch ein bisschen wenig Wendeplatz Hier auf dieser Ausfahrt rein und raus fahren lassen Kann es natürlich irgendwann ein bisschen eng werden Aber ich glaube, das müssen wir riskieren So, wir fangen mal hier an Die Kurshaftzeichen beginnen Dann einmal rüber zum Hof Denn wir wollen natürlich gucken, ob wir das jetzt irgendwie hinkriegen Dass wir ein bisschen mehr Automatismus hier bekommen So, das ist dann der erste Und dann mal abkippen Wir haben die Anzeige oben weg Ich mach sie immer wieder hin gerade 26% gefüllt Das ist die Silvageberg hier Dass das so performanceabhängig ist Wenn man die Silvageberg auffüllt, verstehe ich gar nicht So, dann wollen wir hier einmal eine kleine Pirouette drehen Steht natürlich da so ein bisschen im Weg Gerade noch dran vorbeikommen Und hier müssen die sich jetzt kreuzen Kreuzen ist immer blöd Und dann hier einmal so eine Kurve wieder drehen Damit wir zum Startpunkt zurückkommen So, guck mal hier Dann machen wir Abfahrer Ich mach mal Stopp Das soll ein Was gar nicht genau Das ist dann Temporär Kurs Überladung, Drescher abtanken Abfahren, beladen am Startpunkt Nee, ist das schon der richtige Ich glaube, bevor wir Dinge speichern Oder Dann wollen wir ihn schon mal speichern Nennen wir ihn einfach Mais Abfahr 1 Dann wollen wir mal ein Abfahrer einstellen Und gucken, wo er hinfährt Warte hinter Drescher Okay, der fährt auch zum Richtigen Denn Er fährt natürlich jetzt mitten durchs Feld Das können wir nicht ändern Da sind die ja gar nicht so Dann haben wir hier den zweiten Auch da Wo machen wir denn Mais Abfahren 1 Mais Abfahren 1 Laden Wohl eigentlich blöd Noch braucht er nicht, ne Gucken wir, wo er jetzt hinfährt Ob er hier die Kurve einigermaßen kriegt Oder ob er sich eindreht oder ein Graben fährt Na ja, passt gerade so Slidet ein bisschen Man sollte sich jetzt eigentlich hier einreihen Und ein bisschen warten Okay Die sind auf dem Rückweg Das funktioniert schon mal Das ist hervorragend Wo willst du denn jetzt hin? Fährt jetzt erstmal ab, oder was? Na ja, mach doch Wenn du meinst, es tut Not Dann Tu dir keinen Zwang an Mach einfach So, der hier Ja, moin Okay, wir machen auch Licht an Und sobald unten der 32er an der Ecke angekommen ist Müssen wir den einmal schnell umsetzen Oh Gott, jetzt hat das Spiel echt Probleme Zwei Maishäcksler Kurzballhelfer Und hier hätten noch einen Maishäcksler gewartet Jetzt sehen wir auch das Feld nicht mehr ganz Würde ich sagen Bevor wir jetzt hier anfangen Oder wir können ja einfach Kursaufzeichnung beginnen Kursaufzeichnung beenden Und Sobald wir hier neben so den Abfahrer einstellen Da fährt er nämlich ein kleines Stück alleine, denke ich Ja, was macht Ach nee, der hat noch den falschen Helfer drin Der soll den Standardhelfer drin haben So, und du Komm Ich glaube, der wird auf die andere Seite, ne Oder auf die falsche Seite Oder eine möchte baden gehen Guck, da haben wir es doch schon Naja, warte Ich glaube, wir müssen Erstmal den anderen retten hier Wo ist er denn da? Abfahr entlassen Ich bin gespannt, ob wir den gleich wieder gerettet kriegen So, dann Fangen wir jetzt in Zukunft auf der langen Seite Kommt unseren Abfahrern auf jeden Fall entgegen So, dann versuchen wir ihn zu retten Dass unser Helfer hier angerichtet hat Ich fange mal erstmal zurück, ne Abfahrer Entlassen Ah, komm mal raus Glück gehabt Hätte er auch schief gehen können Muss man klar sagen So, Abfahrer einstellen Wo willst du denn jetzt hin? Ach nicht Auto, seitlicher Abstand Auto, 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 Auto Start bei Auto, Auto, Auto Drescher Zu viele Der soll es sein Na, sofort Abfahrer Jetzt nichts Fahrer hinter Drescher Er fährt jetzt im Mais Können wir nichts für Ist ein bisschen blöd mit diesen Abfahrhelfer Finde ich Dass der dann durchs Mais fährt Aber auf jeden Fall funktioniert es erstmal So, und dann können wir wieder wechseln zu dem hier Da haben wir ja auch schon versucht Irgendwas hinzukriegen Hat leider nicht so gut funktioniert Deswegen fahren wir jetzt ein Stück selber Ein bisschen was selber können wir ja auch noch machen Den Kurs, den wir hier haben Der Schwachsinn Aber wir könnten hier doch auch Diesen Kurs laden Meist Ah nee Der soll eigentlich auf den zweiten abfahren Oh, der ist auch ganz schön leer Den müssen wir gleich nochmal dringend tanken Ja, der andere fährt schon wieder zum Hof Was macht der denn bitte? Dann müssen wir gleich mal gucken, wenn er wieder da ist Der Rote Der fährt die ganze Zeit dazwischen Der soll noch warten dann Soll ich die ganze Zeit immer wieder Da haben wir eine Überführungsroute eingeschaltet Und nicht eine Abfahrroute Na, gucken wir uns gleich mal an Vielleicht sind wir dann schlauer So, mit dem werden wir hier mindestens zweimal bis dreimal vorfahren Mal gucken, wie viel Wendeplatz wir dann haben Auf jeden Fall verdichtet er natürlich praktisch das Silo Der die ganze Zeit so sinnlos zwischenpferd Verdichtet auf jeden Fall für uns das Silo Wenn er sonst gerade nichts Nutzvolles für uns tut Immerhin Ja, da hinten kann ich Nein, warte, das ist das Schwachste, was wir machen Ich wollte jetzt hier wieder einen Kursbeihelfer einstellen Aber dann wird er da hinten gleich im Wasser versinken Macht ja auch irgendwie null Sinn Guck mal, jetzt ist der nämlich da Den können wir nämlich mal Zu dem Mal gucken, was der überhaupt macht Ja genau, der fährt eine Überführung Muss er ja nicht Muss er doch gar nicht Und sobald der hier vorbei ist Nein Der andere ist schon gut Ich will nichts von dir Ah nein Schon wieder zum Nachhinein gekommen Ich will doch nicht Hab ich schon mal gesagt Dann sind wir gleich mal gespannt, wie das Wenden funktioniert So, Abfahrer Einstellen Du dürftest jetzt nicht wieder Zum Hochfahren Zum Verdichten Genau Erwartet Und du kriegst aber einen Drescher zugewiesen Warte, das sind wir ja gar nicht so automatisch Nein Aber du kriegst auch den Big X So, ja genau Ist noch eingeschaltet Dann fährt er jetzt hinterher Das ist natürlich nicht gut Und wir machen hier mal eben weiter Und den müssen wir auf jeden Fall gleich Bevor wir den auf Cosplay-Route schicken Tanken Ist aber ein bisschen blöd So oder so ein bisschen blöd Aber so kriegen wir zwei Hexler jetzt ganz gut am Laufen Die ersten Folgen waren jetzt ein bisschen mühselig Hat ein bisschen gedauert Aber so kommen wir jetzt richtig schnell voran mit unserem Eis Ernte So schnell voran, dass wir erstmal hinten reinfahren Ist natürlich auch blöd Wenn das jetzt schon reicht zum Wenden Hätte der eigentlich gar nicht zurückfahren brauchen Denn der muss gleich eh wieder ein Stück weiter weg Und guck mal, da sehen wir die Lampen näher kommen Das ist ganz cool jetzt Treffen sie sich fast an der Ecke Wo der andere wird jetzt schon wieder weg sein, glaube ich Hoffen wir, dass er nicht im Wasser verschwindet Denn da sehen wir eben gleich auch schon mal Wie groß der Wendekreis der Traktoren dann ist Ist ja ganz wichtig auch für die Zukunft zu wissen Man sieht aber auch, es ist echt Jetzt ist der Rechner wieder an seine Grenzen Hier 8 Feeds per Second haben wir noch Super ruckelig Es tut mir leid, aber es ist immer noch die gleiche Aufnahmesession Und ich denke, jetzt ist es schon wieder Wochenende Wenn ich mal so die folgenden Zukunft plane Und ich glaube, jetzt am Wochenende sollte mal neue Rechner auf jeden Fall da sein Und ich sitze jetzt wahrscheinlich, wenn ihr die Folge seht, gerade so davor Den ganzen Krams einzurichten Und irgendwann nächste Woche seht ihr dann nochmal Mais-Häcksel in High-Performance Hoffe ich zumindest Wenn das alles mit den Spielständen übertragen und Installationen Und alles, was da so dazugehört, funktioniert Bin ich ganz gut auf hoffen Ja, da hinten sehen wir sie Und wie weit fährt er Weil in den Graben darf er nicht fahren Passt aber gut Nein, warte Was machst du denn jetzt? Küsselkurve Ja, kriegt er gerade so Sehr schön Ich habe nichts gemacht Hat er alleine gemacht Wenn er jetzt nicht in die Kandare fährt Funktioniert es Hervorragend, würde ich sagen Haben wir das auch Also die fahren auf jeden Fall schon mal schön Mais ab Beziehungsweise die Kettensäge Ich würde sagen, für die heutige Aufnahme soll es das gewesen sein Ich danke wie immer für das Zuschauen Würde mich in den Kandare like und alles mögliche freuen Und auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid Schönen Tag euch noch Schönen Abend Bis dann Tschüss.